Zweites Lernvideo, B-Teil vom Tiroler Burmbroika, gesponsert von der Firma Alpengoldharmonikas und das ist jetzt ein ganzer Schaufen. Das ist ein ganzer Schaufen Teil. Wir sind jetzt in der zweiten Reihe, S-Dur, in der hohen Lage. Und da sage ich gar nicht viel jetzt, weil sonst war das alles zu rissen. In der hohen Lage, der zweite Finger, der geht nie weg. Und die Melodiestimmen spielen wir immer mit dem dritten, vierten Finger. So, Auftakt. Das war jetzt der zweite Teil. Nicht vergessen, langsam schalten und dann könnt ihr das Tempo dann aufsteigern. Genauso waren die Griffe und ich wünsche gutes Gelingen und viel Spaß. Vielen Dank.